Sozialstation Eichler, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir sind ein Team qualifizierter und engagierter Pflegefachkräfte und gut geschulter Hauspflegekräfte. Unser Angebot umfasst die individuelle Pflege und Betreuung durch fest zugeordnetes Pflegepersonal. Gern beraten wir Sie und Ihre Angehörigen und helfen bei der Beantragung von Leistungen der Pflegeversicherung, der Hauskrankenpflege und der Haushaltshilfe. Ist Pflege rund um die Uhr notwendig, so sind Sie in unserem ambulant betreuten Wohngemeinschaften bestens betreut. Sozialstation Eichler, rundum gut versorgt.